ja leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal mit dabei ist auch tim der macht auch mit wir machen so ein paar fußball challenge ok leute wir machen als allererstes mal die erste challenge elfmeter schießen jener macht drei schüsse ja 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 Du bist ja aufbinden, Digga! Mann! Das geht doch nicht! Digga, hättest du weniger Kraft gehabt. Digga, der wäre eingeschlagen. Du hast schon ausgeguckt. Du hast schon krass ausgeguckt. Das war gut. Rechts oben. Ja! Der hält den. Der hält den. Ja! Digga, jeder hat eine Pause. Ich, Alter... Nein! JA! jaaa Konzentrier dich Gefixt, Alter! Ja! 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 Gefixt, Alter! Gefixt, Alter! Ja! Wird nicht so viel rumgewacht! Wird nur draufgeschossen! Ja! Ja! Wird nicht so viel rumgewacht! Wird nicht so viel rumgewacht! Wird nicht so viel rumgewacht! Gefixt, Alter! Ja! Digga, der war sogar noch dran! Ich kann's nicht mehr! Ja! Let's go! Erste Challenge geht an mich! Keine Freude für dich! Alter ist böse! Die nächste Challenge ist 2 gegen 1 oder 2 1 gegen 1 Ich bin im Tor zum Beispiel und dann geht halt Luca mal ins Tor oder so Zum Beispiel Tim und Luca machen Luca... Digga, der muss rein! Ja! Dann steht nächster Ball hier in der Mitte jeder kommt von der Seite von der Seite wenn der nächste den Ball hat dann bin ich da! Ja! Challenge gewonnen! Komm! Komm! Ja, 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 komm! 1, 2, 3, los! Ja, komm! Ja! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja! Ja! Los! Leute, jetzt habe ich auch einen Punkt! Also die nächste Challenge Die nächste Challenge ist Der Torwart werft den Ball rein Man hat einen Kontakt zum annehmen und dann schießen Ich hätte mal gesagt, jetzt geht's los Juhu! Juhu Mox Tor! Juhu! Nein, mach! 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 In der Luft! Boah, der war stark! Ja! Ja! Aber du wurdest gefickt! Alter! Ja! 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 Okay! Ja! Nice! Das war's jetzt eigentlich mit der Challenge, aber Tim hat die Chance noch auszugleichen. Wir machen jetzt Latten schießen, wer jetzt die Latte trifft hat. Wir müssen eigentlich auszugleichen oder zu gewissen. Jeder macht mit, also ich auch, ich hab jetzt eigentlich die Challenge schon gewonnen, die Komplitten. Boah, der war ein schlechter Mann. Jetzt gehen wir rein, film ab. Die Qualität ist am Arsch. Hahahaha Halt, neun! Ah! Halt, neun! Wer macht noch einmal dieses Sprintduell zum Ball laufen? Ja. Ja. Und ich bin so. Ich würde auch mit rein, der Fall ist von meinem Thema treibend. Hey! Da ist eigentlich auch so. Ja, nein, ich kann... Was wird nix? Oh. Ja! Oh! Nein! Jaa, nein! Was ist denn da? Boah! Was ist denn da? Boah, Lass! Aaaaaah! Aaaaaah! Boah! Boah, das ist hier wirklich! Das ist mir bald! Aaaaaah! 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 Nein! Ja, zwei Schüsse! Nein! Okay, Leute, das war's mit der Challenge! Ich hoffe es euch gefallen! Danke auch an Tim und Luca, dass die auch dabei waren! Wir sind mit Minus raus! Wir sind mit Minus raus! Leute, lasst ein Like und ein Abo da! Und dann sehen wir euch heute 3! Ciao!